Es gibt News, wenn du mehr Richtung NLP machen möchtest, dann hör unbedingt in diese Folge rein, es gibt etwas ganz Spannendes Neues. Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marianne Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser etwas verspäteten Folge. Dafür gibt es umso bessere Neuigkeiten News. Und zwar habe ich mit meinem Kollegen und Partner Stefan Landziedl, der das größte NLP-Ausbildungsinstitut der Welt hat, der auch die größte App, die größte Plattform in diesem Bereich hat. Mit dem gemeinsam mache ich jetzt einen Podcast, nicht nur einen Audio-Podcast, sondern gleich einen Video-Podcast. Das heißt, wenn du mehr Richtung NLP, Neurolinguistisches Programmieren wissen möchtest, ich sage noch gleich mehr dazu, was das genau ist, für die, die da jetzt vielleicht neue reinstoßen, dann gibt es den Podcast World of NLP, Neurolinguistisches Programmieren für alle. Der Name ist Programm Stefans Vision und auch meine ist, dass wirklich jeder Mensch Zugang zu NLP hat, egal von Bildungshintergrund, wie viel Geld oder nicht Geld der Mensch hat, welches Geschlecht, welche Herkunft, was auch immer. Gut, wir machen es momentan hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, muss man dazu sagen. Aber so von der Idee her, NLP für alle, die hier sind, das ist die Vision, das ist die Idee unserer Vision, weil auch das NLP an die Schulen kommt. Meine Vision wäre dann eher, dass einfach die Lehrer deutlich besser ausgebildet sind, beziehungsweise einfach nochmal mehr Tools an der Hand haben, um Schüler zu begeistern und schwierige Gespräche zu führen und so weiter. Aber klar, es wäre natürlich auch für Schüler cool, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und unsere Idee ist, mit diesem Podcast ja einfach wirklich etwas Hochqualitatives zur Verfügung zu stellen, wo jeder Anfänger, aber auch Fortgeschrittene und auch teilweise Profis wirklich neue Impulse entdecken können, wie sie ihr Leben selbst gestalten können. Das heißt, Neurolinguistisches Programmieren beschäftigt sich ja damit, wie wir uns selbst verändern können, beziehungsweise wie sich andere verändern. Eine Definition wäre auch, NLP ist die Sprache der Veränderung, also was musst du sagen, tun oder einfach machen, damit sich etwas verändert, damit du eben keine Lust mehr hast, Schokolade zu essen, damit du vielleicht Lust hast, die Steuererklärung zu machen, damit du Lust hast zu lernen, damit du andere begeistern kannst, damit Leute nach dem Vortrag sagen, hey cool, da will ich mehr wissen oder auch, hey cool, das will ich kaufen, das will ich buchen. In all diesen Varianten ist es so, dass Menschen sich verändern, es verändert sich eine Haltung, es verändert sich eine Idee, es verändert sich ein Glaubenssatz und genau da setzt eben NLP an und genau da sprechen wir in unserem neuen Podcast World of NLP Neurolinguistisches Programmieren für alle. Wir machen das im Duo, das ist auch, ich finde das muss ich auch sagen, mittlerweile fast besser als die Solo-Sachen, aber ich habe jetzt auch selber angefangen tatsächlich auch Podcasts zu hören und wenn Leute das im Duo machen, es ist einfach mehr Dynamik drinnen, es ist bereichernd, wenn es gut gemacht ist, muss man dazu sagen, wenn Leute einfach nur das machen, um es zu machen, dann kann das auch daneben gehen, aber grundsätzlich, wenn es gut gemacht ist, dann hat das einfach eine andere Dynamik und ich finde, das sieht man auch in diesem Podcast, der jetzt ganz neu ist, wie gesagt, also da ist jetzt der Trailer oben und es ist die erste Folge drauf, was ist überhaupt NLP, nochmal ganz ausführlich, dann beschäftigen wir uns mit einer der wichtigsten NLP Lektionen in Folge 2 bzw. 3 mit dem Trailer, das ist das Thema State Management, darüber habe ich ja auch schon mehrfach gesprochen und da wird vor allem Stefan nochmal eine ganz frische neue Perspektive reinbringen. Dann werden wir auch, ja, darüber reden, was man mit NLP alles machen kann, dann werden wir auch darüber reden, wer Stefan eigentlich ist, wer ich bin, was Wahrnehmung ist, wie man, ja, was Glaubenssätze sind, wie man sich verändern kann und, 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 und. Also wir werden wirklich von oben bis unten, von links nach rechts, alles durchnehmen. NLP für Lehrer, für Manager, für Eltern, für Erzieherinnen, für wen auch immer, aber auch die verschiedenen Techniken, Methoden auf allen Gebieten und auf allen Varianten auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Also, wenn dich das interessiert, am besten gleich abonnieren, World of NLP, Neurolinguistisches Programmieren für alle. Ich habe es unten auch verlinkt in den Shorts, aber du kannst auch direkt reingehen, wenn du es eingibst, findest du es gleich mal. Wir sind auch gleich mal in die Charts reingekommen und da meine Bitte natürlich, also wenn du mich und uns unterstützen willst, wäre es natürlich super, wenn du dich nur abonnierst, sondern auch, ja, wenn du jemanden kennst, für den es vielleicht auch interessant, sinnvoll, gut sein könnte, eben diesen Podcast mal zu empfehlen. Wenn du Wünsche hast, was dort kommen soll, dann kannst du mir wie immer schreiben und wir werden diese Wünsche auf jeden Fall früher oder später erfüllen, einfach weil wir sowieso alles reinbringen wollen, früher oder später, also sofern es mit NLP zu tun hat und, naja, es hat fast alles mit NLP zu tun. Wenn man sich da mal ein bisschen beschäftigt. Von daher werden deine Wünsche auf offene Ohren stoßen. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du da auch dabei bist. Wir veröffentlichen jeden Montag eine Folge und die dauert dann so 20 bis 25 Minuten in der Regel. Genau, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du den abonnierst. Und auf bald. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meiner Telegram-Community t.me slash Selbstbeantwaltung vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.